Ich habe meiner Community vor kurzem zehn Abi-ähnliche Geometrie-Aufgaben gestellt, die schon mal in Mathe-Abituren so oder so ähnlich dran gekommen sind. Und das ist dabei rausgekommen. Schauen wir mal rein. Wir sind hier in meiner Klasse bei Rocket Tutor. Rocket Tutor ist einer meiner Kooperationspartner. Und ihr könnt mit dem Tool von Rocket Tutor hier eine Klasse einteilen. Habe ich auch gemacht. How to Mathe-Abi 2024 heißt sie. Da sind 689 Schüler drin. 30 Aufgaben habe ich da insgesamt schon verteilt. Ich kann mit dem System also Abi-ähnliche oder originale Abi-Aufgaben verteilen, sodass die Menschen die dann eben rechnen können. Das heißt, ich wähle quasi die Aufgaben aus im Sinne meiner Playlist, im Sinne des maximalen Lernerfolgs und die Menschen rechnen dann. Mega geile Konzept. Ich habe hier, was habe ich gesagt, 689 Schüler. Nice. Wie sieht das aus? Was ist bei der Geometrie-Session rausgekommen? Schauen wir doch mal rein. Ich kann nicht sehen, wer, wann, wie, welche Aufgabe, wann und warum gerechnet hat und wer was hinbekommen hat und was nicht. Was ich aber sehen kann, ist, welche Wissenslücken markiert werden. Und anhand der Anzahl der Wissenslücken kann ich dann rekonstruieren, was für die Community schwer war und was eben leicht war. Und da wir hier 689 Menschen aus verschiedenen Orten in Deutschland haben, ist das auch ein ziemlich großer Datensatz, sodass diese Analyse hier total interessant ist. Wenn du auch in meine Klasse bei Rocket Tutor kommen möchtest, kannst du unten den Link in der Beschreibung anklicken. Dann bist du dabei. Ich werde bis zum Abi noch ein paar Aufgaben verteilen. Mach da gerne mit. Lage des Punktes auf der Gerade bei gegebenem Abstand. Das ist hier die erste große Wissenslücke. 59 Menschen haben das als Wissenslücke markiert. Und das ist total interessant, weil das ist im Wesentlichen der Aufgabentyp Wege im Koordinatensystem. Man kann den Richtungsvektor bei einer Gerade ja normieren. Also du teilst den Richtungsvektor durch den eigenen Betrag und multiplizierst dann wieder mit der Länge, die du da haben möchtest. Also mit dem Abstand vom Ortsvektor. Ich droppe dir unten in die Infobox auch noch das Video zum Thema W im Koordinatensystem rein. Schau da gerne nochmal hinein, wenn du sagst, ja, das ist auch eine Wissenslücke von mir. So. Bestimmung der Parameter bei gegebenen Bedingungen ist, glaube ich, eine Analysesaufgabe. Über Mengen- und Derweilnotationen haben wir auch bei Analyses gesprochen. Abstand zwischen Punkt und Ebene. 53 Menschen, ein klassisches Rezept. Machen wir mit der Abstandsformel, die aus der hessisch-normalen Form hervorgeht. Wird auch nochmal unten verlinkt, wenn du sagst, Abstand, Punkt, Ebene ist auch für mich schwer. Schau da gerne mal hinein. Lösen eines linearen Gleichungssystems befindet sich im Tool-Bereich. Mittelpunkt einer Strecke auch total interessant. Gibt es auch eine Formel dafür, kann man aber auch wieder mit Wege im Koordinatensystem lösen. Dann kann man eben auch wieder sagen, jo, ich habe den einen Vektor und addiere die Hälfte des anderen Vektors dazu. Also quasi Ortsvektor. Ich habe eine Strecke aus zwei Punkten, nehme den Ortsvektor zum einen Punkt, nehme dann den Verbindungsvektor. Mal ein Halb. Und dann bin ich auch beim Mittelpunkt der Strecke. Jo, was haben wir noch? Ach, der Rest ist Analyse und Stochastik, ne? Genau, es scheint irgendwie hier diese drei Themen zu geben, die in der Geometrie schwierig sind. Lage des Punktes auf gerade bei gegebenem Abstand, Abstand zwischen Punkt und Ebene und Mittelpunkt einer Strecke. Die wichtigsten Videos dazu packe ich dir unten in die Infobox. Als nächstes kommt jetzt eine Rocket Session zum Thema Stochastik. Ich habe schon Aufgaben verteilt, wie du sehen kannst. Also ein paar Stochastik-Wissenslücken ploppen hier schon auf. Komm gerne in meine Klasse bei Rocket Tutor. How to Mathe Abi 2024. Alles komplett kostenlos. Kannst einfach reinkommen. Link ist in der Description. Und ja, eben als nächstes kommt Stochastik. Als nächstes verteile ich Stochastikaufgaben. Das wird mega, mega cool. Und ich würde mal sagen, üb mit mir, trainier mit mir, sei fleißig und arbeite an deinen Zillen. Ich werde dich mit allem versorgen, was du brauchst, um richtig stark durchs Mathe-Abi zu kommen. Saubere Erklärvideos, sinnvolle Übungen und ganz viele Trainingsaufgaben, Lernressourcen und Lernmaterialien, die dich effektiv und ganz, ganz schnell nach vorne bringen. Mach mit, rechne mit und wir werden gemeinsam das beste Mathe-Abi deines Lebens schreiben. Wir sehen uns wieder, dein Rick.